und war schon sollte uns sollte es uns ermöglichen über große entfernung zu kommunizieren wenn das relikt so funktioniert wie ich es glaube sollte ich in der lage sein hier mit meinen meditationen vorzufahren während ihr das tal des kaisers etwas ausspäht mich hier wird euch bis am rand des tals bringen damit wir meine theorie testen können mir wäre nicht wohl dabei wenn ihr wenn ihr in den gräbern währt und keine möglichkeit mich zu kontaktieren wäre schrecklich ich bin bereits aufbruch weit war da gerade legion stuff? ich glaube nicht dass das so richtig sein sollte ich habe dann elite gesehen und dieser elite wird jetzt sterben dracari ok 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 ähm pourquoi sind wir mal? Ah. So. Totstellen. Totstellen. Was machen Titracari hier? Ah. Ah. Naja, gut. Ah. Nöt. Das war... Experimentell. Ah. Hier hab's ne Höhle anscheinend. Ähm. Ja, ich kann euch hören. Sehr gut. Das Relikt funktioniert. Es scheint mir ein Teil der Kaiser vor sich zu gehen, als ich erwartet habe. Es ist wichtig, dass wir herausfinden, warum die Mogu die Gräbe eröffnen. Sehr gut. Das war... Der weiße Tiger möge euch führen. Passt auf euch auf. Äh. 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 Hier hat ein Ritual stattgefunden. Wie es scheint, war es nicht von Erfolg gekrönt. Unter den zurückgelassenen Gegenständen befindet sich ein offenes Buch. Die Sprache des Sexes auf der Seite ist euch fremd. Es könnte schwierig werden, das ganze Buch zu tragen, aber vielleicht reicht eine Seite. Wenn ihr die Seite des Lehrens... ...den zu Lehrenzug der Show schafft, dann ist es vielleicht in der Lage, euch zu sagen, was dort drin steht. So, ja. So. Was gibt's Neues? Alles hat ein Ende, bloß die Wurst hat zwei. Sei vorsichtig. Okay. Ja, alles. Diese Geister müssen freigelassen werden. Die Grabmalde geöffnet wurde. Der Tod war nicht das Ende für die Mogu. Für Hessen war der Tod nur eine kurze Halt auf dem Weg zum neuen Körper. Geisterbänder haben üble Magie eingesetzt, um die Geister von... ...von einer Hülle zur nächsten zu übertragen. Die Jahre, die sie in den Grabmalden angeschossen haben, haben sie verwirrt. Sie müssen zu vernichtet werden, bevor... ...sich ihre Verwirrung und Zorn verwandelt oder... ...auf er schlummert, wenn sie eine neue Hülle finden. Der weiße Tiger möge euch führen. Was habt ihr gefunden, Hidre? Passt auf euch auf. Der Text ist in der Tat seltsam, Hidre. Es scheint... Es scheint in der Menningen-Dynastie geschrieben worden zu sein. Die Symbole sind falsch. Ich glaube nicht, dass die Mogu dies verfasst haben. Obwohl es dem seltsam nahe kommt. Ich werde einiges gebrauchen, um es zu übersetzen. Bleibt in Bewegung und seht zu, dass ihr noch etwas finden könnt. Seid vorsichtig. Der weiße Tiger möge euch führen. Okay, dann töten wir mal die hier, ne? Fünf, ne? Jo. Okay. Oh-oh-oh. Schattenjäger der Zandalari. Ihr legt euch mit dem Falschen reichern. Ähm. What? Glatt gehört nur den Zandalari. I guess... Eure Seele ist... Eure Schwäche seiner Beleidigung. Bruder, du bist gerade einfach gestorben. Gut, du wurdest auch 3 zu 1 gegangt, aber... ...das ist jetzt kein wirklicher Grund zu sterben, ne? So. Der Text auf der Tafel war so abgenutzt, dass es schwerfällt, die Symbole auf dem Bild zu entstiffern. Oh no! Ja, okay, dann könnte... Um. Oof. Das Bild zeigt nur einen kleinen Teil der Schriftzeichen. Auf der zerbrochenen Tafel. Und... ... ... ... ... Vielen Dank.